Jona! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jona. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara. Schön, dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber, hm, irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Hitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis. Warte, dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Sie wussten es. Was ist das? Toll, ich will sie. Lara, ich meine Hand! Lara! Geh mir nicht! Jonah! Name! Lara! Oh nein! 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 Wir... Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber... Ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind? Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich hab ihn fast schon einmal vermogen. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. ... ... Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ich bin. Ich bin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse. Echt. Du solltest mich besser kennen. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Arbeite hart gegen Kälte. Arbeite hart gegen Kälte. Arbeite hart gegen Kälte. Arbeite hart gegen Kälte. Er ist eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Das hat er eh schon eine Weile im Auge. Das ging es nicht auf dem freien Markt. Noch lange nicht. Das ist absolut neu. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich muss Schutz suchen. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an. Dass es die Wahrheit war. Keine armen Märchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara. Es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Jonah. Was ist das? Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporter vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der Heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbe... Nein. Ich habe nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity aus erwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Und du touchierst den Rekord.